Hallo Leute, willkommen zu dem neuesten Part von Super Mario Land. Es geht weiter. Scheiße. Ja, ich hab nachgeguckt. Wenn man hier stirbt, scheiße, dann muss man alles von vorne wieder anfangen. Ja, ganz von vorne. Ganz von vorne anfangen. Das ist so beschissen, dieses... Oh, scheiße, das war knapp. Ja, ganz von vorne anfangen und darauf habe ich echt keinen Bock. Deswegen werde ich mit Save-States arbeiten, aber richtig. Okay, okay. Stirb, du Bastard. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, du... Scheiß Gruppe, stirb doch hier. Okay, der ist tot. Mann. Oh, scheiße. Ich hoffe, ich kriege jetzt ein extra... Ah, okay, ein extra Leben-Bot zu bekommen. Super. Oh, ich dachte schon, ich komme jetzt nicht hier weiter. Oh, oh. Fick dich. Fick dich, Delphine. Fickt euch, ihr Scheiß. Was ist das denn? Was ist das denn? Wie soll ich den hier besiegen? Was ist das denn? Was ist das denn? Ach so. Ach so. So sollte man ihn besiegen. Ach so. Ich dachte schon, man muss ihn irgendwie anders besiegen. Okay, ich brauche dringend Leben. Sonst kacke ich ja richtig ab. Aber richtig. Und was kommt jetzt? Noch eine Daisy? Oh, ein Delfin. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Ich will dich. Oh, ein Delfin. So, so ein Kopf bekommen. Kein Bock mehr. Oh, eine Runde mit 9. Oh, bitte, bitte. Ja, drei Leben dazu. Ja. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Wartet. Okay, es geht weiter. Und das sind doch diese komische Felsen in Australien, oder? Fick dich. Nicht in Australien, in Irland oder so? Hier sind sie wieder. Keine Ahnung. Verpiss dich, du Scheiß. Gesicht, Teil, irgendwas. Was ist das denn? Hyper-Gesicht oder was? Okay. Du! Ey, wenn ich jetzt abkratze, dann ist das alles deine Schuld hier. Du scheiß Hyper-Gesicht. Verpiss dich. Ah, der ist runtergesprungen. Super. Okay, geschafft. Und Kanone. Dö, 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 dö. Ich hieße es eigentlich an Gumba. Diese Kanone. Okay, Gumba ist tot. Ja, da hast du Pech gehabt, Gumba. Ach, fick dich, Gesicht. Fick dich. Ach, fick dich, du. Du! Ich hasse dieses Gesicht. Ey, was ist los hier? Okay, kommt da jetzt ein... Ach, ich dachte, da kommt jetzt ein Herz. Und mein zwei Leben sind weg. Einfach furcht. Genau in den Tod. Genau in den Tod. Okay. Okay. Komm her. Oh, das war knapp. Kann ich hier rein? Nein, geht hier nicht. Okay. Ey, diese scheiß Kanonen nervenvoll. Warum ist der Gumba eigentlich grau? Ich dachte, das ist mit Farbe. Aber egal. Oh, scheiße. Wie habe ich den jetzt hier getötet? Aber egal. Scheißgesicht, verschwinde. Und das ist eine Megaspinne. 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 Endgegner von Spider-Man. Yeah. Oh, das war hart. Das war hart. Das war steinhart hier. Okay, der ist tot. Du. Und du scheiß Gumba. Fick dich, du scheiß Spasti. Ich hasse dich. Ich hasse deine Mama auch. Die war nicht gut. Dööööö. Okay. Getötet. Oha, 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 oha. Okay, der ist auch tot. Okay, der ist auch tot. Der ist... Was? Was? Wie bitte? Verdammte Scheiße. Wie sollte ich da rüberkommen? mann kein game over wartet okay wieder da es geht weiter ja ich habe ja mit safe city gearbeitet muss ja langsam hier sein bei diesem spiel wo man kein wo man kann wo man nicht speichern kann man muss immer dann von vorne anfangen und darauf habe ich keinen bock doch ich so doll keinen bock hier neun komm her scheiß gesicht komm her weg Mann, fick dich, du scheiß Bastard Bastard Okay, komm her Ach, geschafft Puh Puh, geschafft Okay Okay, diese Kanone kann man einfach so töten, super Und Hypergesicht, Spinne Und gleich kommt Megaspinne Und ein Hypergesicht Und komm her, Spinne Komm her, Spinne Du bist tot Du bist tot Schon echt kein tot Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, scheiße, du fick dich Oh, das war knapp Du bist weg Achso, man kann auch Achso, man kann auch sprinten Das wusste ich jetzt nicht, aber Super für mich Aber verdammt nochmal Irgendwie kann man mit B hier weiterspringen Unlogisch, aber Ey, ihr wollt mich doch hier verarschen, oder? Ey, wie? Wie bin ich jetzt auf diese Kante geflogen, du Spastel? Mann, das Spiel regt mich auf Mann, fick dich Das Spiel ist schwer Ach, fick dich Fick dich, du Spasti Mann, fick dich Fick dich Ey, wie bin ich jetzt runterge... Nix Game Over Wir sehen uns gleich wieder Wieder da Ja, wie ihr wisst Mit Safe Set muss man immer arbeiten hier Und du bist weg, du Bastard Du Hyper-Gesicht, verschwinde Du Ey, ich lache, dann kriege ich die Krise hier Lange, dann kriege ich so doll die Krise hier Richtige Krise Oh nein, nein Gumba mit Kanone Das schlechteste Kombi aller Zeiten Gumba mit Kanone Weil Gumba haben keine Arme Das ist doch logisch Okay, ich weiß ja, wie man weiterspringen kann Deswegen Bin ich jetzt etwas gesichert Hyper-Gesicht Spinne Spinne, komm her Spinne Oh, scheiße, Hyper-Gesicht Hyper-Gesicht tot Haha Tote Spinne Haha Oh nein Oh nein Du Fick dich, du Und nein, Hyper-Gesicht Komm her Ich glaube, ich muss auf der Maulich beenden So doll beenden Oh, das war zu weit Irgendwie Okay Okay Beruhig dich Beruhig dich, das ist mein Ey Oh, scheiße Jetzt habe ich das Oh, fick dich Fick dich Du Spasti Teil Meins 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 Ein Leben dazu Yeah Super, 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 super Super, 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 super Wo komme ich hier raus? Achso Wartet Ich muss auf der Miete Beenden Tschüss